Und wer weiß, was sie hier finden werden? Vielleicht auch nichts. Sieht so aus, als gäbe es hier nichts. Da hinten ist etwas. Ich sehe es ganz genau. Nehmen wir die hier zuerst. Jetzt habe ich sogar etwas zweites auch noch gesehen. Ist jetzt sofort tot, Leute. Ich sehe es jetzt auch sogar neignt. 15 Geister bis jetzt getötet, Leute. 16. Die fallen jetzt nicht ernsthaft alle durch den Boden durch. Dann kann ich ja nichts looten. Ist das bitter. Dann kann ich mir das 10 auch sparen. Okay, ich glaube, da ist einer noch, den ich gesehen habe. Da sind noch mehrere. Da sind noch mehrere. Das war's jetzt. Ja, das scheint es hier gewesen zu sein. Und es gibt hier halt einfach nichts. Vielleicht noch auf dieser Seite, dass hier noch welche sind. Gehen wir mal hier entlang. Nein. Okay. Das ist der andere Eingang. Beziehungsweise der Ausgang. Wir haben hier also nichts mehr drin. Und es gibt hier auch absolut nichts. Zumindest habe ich nichts gesehen. Habt ihr etwas gesehen, das man mitnehmen konnte? Könnte etwas, das man looten kann vielleicht? nirgendwo. Und nirgendwo war etwas, wo man weiter könnte. Schade. Aber gut. Aber gut. Bevor wir jetzt weitermachen, Leute, würde mich interessieren, kann ich die Leichen noch looten oder sind sie jetzt alle weg? Die sind alle ins Nichts gefallen. Bitter. Sehr, sehr bitter. Na gut. Wenn ich sie nicht looten kann, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich bin sicher, wir haben da noch ein bisschen Schleichen geskillt. Zumindest. Schütze nicht. Das müsste ja schon komplett voll sein. Ja, ist auf 100. Aber Schleichen nehmen. Wie weit sind wir gekommen? Auf 4. Wow. Also, so gut wie gar nichts. Wahrscheinlich, weil ich zu weg war von ihnen. Naja. Einen Punkt nur noch. Okay, gehen wir hier raus und wir sind hier. Die Sonne geht auf, dann brauchen wir kein Licht mehr. Schön. Wir haben das hier sogar schon verbunden, Leute. Und da irgendwo war ja der Weg. Der jetzt offenbar hier weiter führt. Ich muss type ein Boris , Okay, hier war ich schon. Das ist die andere Seite von dem Berg. Okay. Ich würde gerne hier ein bisschen erkunden wollen. Mhm. Hier müssten wir dann sowieso schon gewesen sein. Ja, genau. Das ist die Bucht, wo wir schon waren. Da oben standen wir schon, Leute. Super. Oh, das sind Bären. Bären. Der Bogen ist da. Der Bogen ist vielleicht schon zur Hälfte abgenutzt. Naja. Dauert es halt nur noch länger, bis sie besiegt sind. Besiegt werden sie trotzdem. Okay. Okay. Ich möchte auf den Weg zurück. Das da müsste der Weg sein. Da haben wir wieder einen Bären. Hatten einen Bären. Okay, packen wir mal die Pfeile weg. schade, na gut. Nutzen wir das als Lockierung. Ich möchte jetzt alles hier erkunden. Ab hier. Ich glaube, ich stand sogar schon mal hier. Da oben hatten wir ja schon alles erkundet. Irgendwo hier müsste auch jetzt noch ein Bär sein. Aber ich sehe ihn nicht. Da sind welche. Da sind welche. Dramatische wechseln. Aber ich sehe ihn nicht. Da geht es. Westain. Das war's für heute. Geh, Schafft! Nochmal ein Bär. Und dann seh ich Leute. Das hat ein bisschen weh. Okay, sie sind uns feindlich gesinnt. So, die scheinen auch nicht da zu stark zu sein. Ja, sie waren wirklich nicht stark. Räuber. Der hat eine meiner Pfeile, ein verrostetes Langschwert, gewöhnliche Schuhe, gewöhnliche Hemd und gewöhnliche Hose. Und hier 147 Gold, sehr schön verrostet. Das Langschwert, gewöhnliche Schuhe, gewöhnliches Hemd und gewöhnliche Hose. So, von dir, Rohgold, 13 Gold, gewöhnliches Hemd, gewöhnliche Schuhe, 97 Stahlpfeile, ein Edelspfeil und ein Tierhaut überspannter Bogen. Tja, ich hatte ja gehofft, man könnte mit denen reden oder so, aber nein. Leider nicht. Und das Feuer kann ich auch nicht benutzen. Also, da oben stand ich, glaube ich, schon mal. Oder war es da oben? Bei beiden stand ich offenbar schon mal. Wobei, ich glaube, das hier ist tatsächlich ein Weg, der hier hinführt. Ja. Hier stand ich schon mal. Habt ihr gesehen, habt gesagt, okay, da kommen wir mit dem anderen Weg auch hin. Und habe es sein lassen. Da oben waren wir auch. Na? Ja. Dann haben wir hier so ziemlich alles jetzt erkundet. Super. Dann könnten wir jetzt da noch ein bisschen erkunden. Ich finde es auch schön, Leute. Jetzt haben wir hier die ganzen Wegpunkte, die ich doch wegmachen muss, Leute. Ich lösche sie mal aus unseren Notizen. Haben hier alle abgearbeitet. Das ist echt toll. So, Wegpunkte. Der Weg nach Nordwesten, nördlich der alten Grube. Das ist der hier. Der kann weg. Die Brücke nach Norden, östlich von Nembris und nördlich von Nordtor. Nord... Nordstor. Nördlich. Ah ja, hier ist die Brücke. Genau. Und hier. Die kann auch weg. Die erkunden wir jetzt gerade. Damit haben wir noch zwei Wegpunkte, Leute. Einmal hier oben drüber. Und einmal die... Das Tor von Normandriert. Plus das, was wir jetzt gerade machen. Super. Im Menü kann man nicht speichern. So, dann möchte ich jetzt hier ein bisschen erkunden. Auf dieser Seite des Weges wieder. Ist das noch dieselbe... Ich glaube, das ist tatsächlich noch dieselbe. Ja. Okay, das heißt, bis dahin ungefähr hat mich schon erkundet. Und da ist der Weg. Auf dem Weg ist... Da ist ein Elch. Holen wir ihn uns. Okay. Zum Unlocken sind sie gut, aber wir nehmen dann einfach mal... Den Speer. Auch wenn er nicht mehr genügend Ladungen hat. Den haben wir uns schon geholt. Schnee genommen mehr gibt es da. Ich kann jetzt entweder da... Ich glaube, das mache ich heute. Ich springe da hinten runter. Und gehe ein bisschen wieder den Strand entlang. Ich finde das toll, wie viel wir schon erkundet haben, Leute. Was ich nicht so toll finde, ist diese Löcher, die wir haben. Die wir einfach aufgrund der Berge nicht erkunden können. Hier kommen wir gar nicht mehr weiter. So, holen wir uns den Schnee genommen Reiter. Okay, ab in den Nahkampf. Okay, ab in den Nahkampf.